Hallo meine Freunde, ich bin wieder live und zwar auf Twitch. Nicht regelmäßig, aber so oft es geht, mit Transportfever und World of Warships. Um keinen Stream mehr zu verpassen, klickt unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Account. Und dort ist ein kleines Herzchen, da klickt ihr einfach drauf, dann folgt ihr meinem Twitch-Account, es ist kostenlos und ihr verpasst keine Streams mehr. Benachrichtigungen noch aktivieren wäre natürlich noch ganz schön und dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream. Bis dahin!